Was in diesem Video passiert? Digga, was fühlst du beim Problem? Verpiss dich! Sorry! Pass! Digga, what the fuck! Verpiss dich, Junge! Olaf, komm reif, Olaf! Du fass dich, du fass dich, du fass dich! Halt die Schnauze, du Notenbengel! Das geht! Alles für den Schritt? Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich was extrem Lustiges vor. Und zwar, ich werde GTA RP als Montana Black aka Olaf Scharf spielen. Und ich bin echt gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, ob sie das glauben werden oder auch nicht. Wie ich das Ganze mache, ist es ganz einfach zu verstehen. Ich habe mir ein freshes Soundboard hier installiert und da habe ich viele Sounds von Montez, wie hier zum Beispiel. Hallo! Und das Ganze hören halt die ganzen anderen Spieler und ich bin echt gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Die ganze Sounds hier auf dem Soundboard steuere ich mit Hotkeys auf meiner Pastatur. Kurz vorab, das Video ist extrem lustig geworden und es würde mich freuen, wenn ein Like oder so auf das Video da lasst oder das Video teilt und so. Weil es war ziemlich viel Arbeit und ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit diesem Video und let's go! Hallo! Wie ist sein Name? Digga, wirst du dich an die Monte, ne? Was? Wo? Was? Ich bin Olaf Scharf. Haha, ich verarsche ihn. Du wirst dich an die Monte. Haben sie schon mal von mir gehört? Wenn du wirklich der echte Monte bist, Digga, dann. Achso, ist hier momentan Action Jackson, oder was? Oh mein Gott! Ey, wie lange bist du hier schon am Stoff? Ich bin hier gerade vom Himmel geploppt, ich kann es Ihnen ehrlicherweise nicht sagen. Ich wollte auch gerade mich verdrücken. Kann es Ihnen nicht sagen, ich bin hier auf einmal gewesen. Digga, wenn du wirklich Monte bist, der echte Monte, Digga, dann. Verpiss dich, Junge! Oh, okay! Was? Hm? Hm? Was? Oh, Digga! Hör mal zu, Kollege! Ja, was? Ich werde gleich so aggressiv. Ich bin nervlich gerade schon wieder am Ende. Digga, was ist denn dein Problem? Verpiss dich! Halt die Schnauze, du Notenbengel! Ja, verarscht! Alter, Leute! Wir haben ihn hops genommen! Oh Mann, Digga, das wäre jetzt irgendwie unfair, wenn ich ihn jetzt einfach da liegen lasse. Ich glaube, ich hole ihn in den Krankenwagen. Das wäre schon ziemlich unfair. Ja, ich bin nervlich gerade schon wieder am Ende. Hallo! Ich entführe jetzt einfach irgendjemanden. Was geht? Hä? Wie ist dein Name? Ach so, Scheiße, Alter. Was? Hörst du mich? Ja. Sprich mir nach. Ich bin nervlich gerade schon wieder am Ende. Nervlich schon wieder gerade wirklich im Wrack. Also, ich verstehe jetzt auch schon wieder nicht, wo das Problem ist. Digga! Oh mein Gott, Alter, wir verarschen die Leute mit Montes-Soundbots. Nein, du, deine Streams sind scheiße. Was? Standard-Scale ist besser. Was? Wo? Was? Hast du noch andere Auflage? Ich werde gleich so aggressiv. Komm mit, bitte, 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 komm mit, bitte, komm mit, komm mit. Hey, bitte, komm mit. Digga, was ist denn dein Problem? Dann verpässe ich. Oh mein Gott, nein, nein, du steigst dich ein. Ciao, ciao. Hau rein, Bruder, ciao. Nein, die verfolgen mich. Die verfolgen mich, die Hunde. Er verfolgt mich, erfolgt mich. Ich muss weg, Digga, ich habe keinen Bock auf die. Meine Fresse, Digga. Alter Schwede, Digga, das ist doch... Das ist doch nicht mehr normal, Junge. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon geile Sounds-off-Lager. Digga, was wollen die von mir? Junge, verpisst euch. Digga, was willst du denn dein Problem? Verpiss dich. Digga. Halt die Schnauze, du Notenbengel. Digga, was willst du denn dein Problem? Verpisst dich. Verpisst dich, Junge. Oh, okay. Junge, was wollen die? Die wollen mich auch abschießen. Die denken auch, die bekommen mich, oder was? Digga, was willst du denn dein Problem? Verpisst dich. Was verpisst dich? Verpisst dich, Junge. Oh, okay. Steig ein, Bruder. Halt die Schnauze, du Notenbengel. Steig ein. Steig dich ein, Digga. Was geht? Ja, nichts bei dir. Wie ist sein Name? Mein Name ist Japs. Ah ja, okay. Ich bin Olaf Scharf. Ah, du bist Olaf Scharf. Ja. Haben sie schon mal von mir gehört? Nein, hier noch nicht. Ah ja. Ach so. Ist hier momentan Action Jackson, oder was? Es geht, ja, es geht. Steig mal ein, wenn du willst. Bauen wir mal hier vorhin. Ja, was machst du? Bist du Zivi? Ich bin hier gerade vom Himmel geploppt. Ich kann es Ihnen ehrlicherweise nicht sagen. Ich wollte auch gerade mich verdrücken. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin hier auf einmal gewesen. Okay, aber komisch, Mann. Ja. Hau rein, Bruder. Ciao. Okay, das funktioniert auch immer schon sehr, sehr gut. Das Problem ist, ich brauche wirklich ein Auto, weil sonst komme ich hier nicht zurecht. Jetzt hör auf, mich zu verfolgen, Alter. Was verfolgt denn mich, der Hund? Sag mal, was läuft mir denn vor's Auto? Sorry. So, mach den. Ey. Digga, was ist denn dein Problem? Verpiss dich. Fahr rechts ran und das knallt. Halt die Schnauze im Notenbengel. Rechts ran, rechts ran, rechts ran, rechts ran, rechts ran, rechts ran und das knallt. Warte mal. Steige aus. Ja. Dreh ich mal auf meine Seite. Hör mal zu, Kollege. Kann ich dir nicht fesseln, Junge? Nenn doch mal die Waffe runter. Was hast du dabei? Gib mir die Sachen, die du dabei hast. Und sie sind? Das ist mir leer, Junge. Was wollen sie denn jetzt machen? Ich hab die Sachen, die du geordnet dabei hast. Ist mir egal was. Ach du, kill ihn. Ja, verarsch. Digga. Kommst du jetzt aus dem Maul, Alter? Junge, der Typ nervt mich, Alter. Einfach direkt die Waffe gezogen, Digga. Ich hau jetzt ab. Juck mich nicht, Alter. Einen anderen lass ich am Leben. Da kann ich kurz wiederbeleben. Juck mich jetzt nicht, Alter. Gibt's ein Problem? Was geht? Hallo. Hallo. Ja. Ach, Digga. Scheiß auf dich, Digga. Wie ist sein Name? Mein Name ist Jason, Bruder. Wie ist sein Name? Ah ja, okay. Ich bin Olaf Scharf. Ah, die Legende. Ja. Haben sie schon mal von mir gehört? Ja, na klar. Zwischen Ecken und Kanten, Digga. Was? Zwischen Ecken und Kanten, weißt du? Ah ja. Ach so. Ist hier momentan Action Jackson, oder was? Nee, nee. Leider nicht mehr. Ja, er hat gerade gefickt gerade von mir. Digga, was willst du mit deinem Problem? Verpiss dich. Sorry. Pass. Digga, what the fuck? Olaf, komm rein. Verpiss dich, Junge. Olaf, komm rein, Bruder. Ich bin aktiv, du pass dich, du pass dich. Halt die Schnauze, du Notenbengel. Es geht. Alles fett im Schritt. Ja, war bei dir? Ja. Ja? Ja. Und sonst so? Was machst du gerade? Ich bin hier gerade vom Himmel geploppt. Ich kann es Ihnen ehrlicherweise nicht sagen. Ich wollte gerade mich verdrücken. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin hier auf einmal gewesen. Du King, Digga. Du bist sein King. Ja, kommst du da rein. Geh da. Ja, wie bist du drauf gekommen, ja? Wartet mal. Ja. Ja, er checkt es auf jeden Fall schon. Dann sag mal, moin, moin. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Google Maps aufmachen. Warte mal. Sag mal, sag mal dir kurz die Koordinaten, damit ich mir speichern kann. Was? Äh, 713, Bruder. Komm da hin. Warte mal. Ja, Bruder, wie kamst du darauf? Du kannst ja auch nochmal reden, ne? Ja, das ist meine zweite Persönlichkeit. Ja, Schaviel, Bruder, wie kamst du darauf? Keine Ahnung. Machst du so einfach so aus Spaß daraus, oder? Ja, ja, einfach so aus Spaß. Also, ich spiel so Computerspiele, du weißt Bescheid, so andere Computerspiele. Und ja, ich kann halt gut andere Stimme nachmachen und ja. Ah, ja, ja. So ein Talent, du weißt. Verpiss dich, Junge. Oh, okay. Digga, was ist denn dein Problem? Verpiss dich. Hör mal so, Kollege. Jo, was ist denn los, Mann? Ich küsse dein Herz, ja? Gut. Jo, jo, nimm den Wagen. Ist der King, okay, merkt euch das. Opie ist der King. Hey, Jungs. Hells Angels, vorwieder. Digga, was geht hier ab? Opie ist der King, hallo, hallo. Was geht? Moin, was geht, Digga, wie geht's hier? Guck mal, hörst du das richtig, Digga? Ich hab direkt Stress-Playung. Meinst du, ey? Was ist denn hier? Hör mal so, Kollege. Jo, was ist denn los, Mann? Ist hier momentan Action-Jaxon, oder was? Ne, Bruder, hier ist gar nichts los gerade. Ah, ja. Jetzt kann man es hören, wenn du willst. Willst du Stress-Playung? Der Rentner. Ey, Monte. Der Fettler ist so aggressiv. Boah, scheiß, Mann. Ja, was? Willst du bei uns mitfahren? Ja, ich sag dir ganz ehrlich. Komm, steig ein, Digga, komm, steig ein. Gut. Alter, später, es funktioniert so gut, ne? Ich bin heftig gerade schon wieder am Ende. Also ich verstehe jetzt auch schon wieder nicht, wo das Problem ist. Ja, Digga, sag doch einfach, ob du Musik hören willst, ganz einfach. Ja. Und Sie sind? Ich bin Opa, der Präsident von Hells Angels. Ah, ja, okay. Ich bin Olaf Schaaf. Digga, was lachen die so hart? Olaf Schaaf, also sag mal, was zu dem hier? Ey, Jungs. Haben Sie schon mal von mir gehört? Boah, wer hier ist denn? Wer, wer hier drin ist bei mir? Ich bin Olaf Schaaf. Kennt ihr den? Ey, Olaf. Was geht? Ich bin Olaf. Das ist so genial. Oh mein Gott, Digga. Okay, ey, okay. Ich sag dir ganz ehrlich. Wie alt bist du denn? Ich bin 17 und du? Ich bin 25, Digga. Boah. Das ist eine Lüge. Ey, Olaf Schaaf, guck mal, soll ich dir mal meine Kinder hier vorstellen? Ja, was ist denn los, Mann? Ey, ey, komm mal kurz her. Hier, lass mal auf, hier ist Olaf Schaaf. Was geht? Olaf Schaaf hier. Alles fit im Schritt? Wer hat mein scheiß Lambo geklaut? Welche geringen verdienen? Digga, wir nehmen die Hops, Alter. Ich sag dir ehrlich. Hallo, hallo. Oh, Hund, Digga. Hund. Verpiss dich, Junge. Verpissst du dich, du Wichser. Digga, was wollen die? Nur weil ich, wenn ich Olaf Schaaf bin. Die laufen hinterher. Macho, ich seh bis dahin, wenn ich mal rutsche, bist du meinst nicht weg. 3, 2, 0. Digga, was ist denn dein Problem? Verpiss dich. Digga, solche Abkommen, Wichser. So, Leute, an der Stelle war es das Gewissen von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es würde mich mega freuen. Schreibt gerne weitere Video-Ideen in die Kommentare, das würde mich auch freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns für den nächsten Video. Wenn ihr den Kanal abonniert, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.